Ja, herzlich willkommen zurück zu Varioland 4 und wir gehen gleich in die Topass Passage und fangen mit dem Toyblock Tower an, also mit dem Spielzeugsteine-Turm Jawohl, das klingt doch schon mal gut Oh, das sieht lustig aus Was ist das hier? Ach, das kann ich aufheben? Und was kann ich denn machen? Ah, so geht das? Aha, was mache ich denn im Dreieck? Das kommt doch wahrscheinlich oben rein Ja Ah, so geht das, gut Und was bringt mir dieser Block? Gar nichts, gut Die fallen einfach nur runter und stehen im Weg rum Ach, shit, der untere hätte da bleiben müssen Warte, kann der nochmal, kommt der nochmal wieder? Nein, natürlich nicht Ah, so geht's aber auch Was ist hier? Das sieht lustig aus Was ist hier drin? Auf jeden Fall ein Herz und eine Ecke Die jetzt übrigens gelb sind Schön Und lustige kleine Varios und Autos Ähm, ja, wie mache ich das jetzt am geschicktesten, um da hochzukommen? Aber so, so, so Und was bringt mir das jetzt? Ach so, ist das geplant Zapp, 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 hier rein Und was haben wir hier? Eine Röhre Jawohl, wir gehen hier rein Und Was haben wir hier? Jetzt nichts Unüberlegtes tun Wollen wir uns erst das Geld hier? Wenn ich jetzt diese Ach nein, ich hab's versaut Nochmal Erstmal anmachen Und dann hoffen, dass die Steine wieder oben sind Jawohl, das geht doch schon mal auf So, wir müssen nämlich ganz schnell springen Dass wir hier dann rüber rennen können Und hier, Mann, zack Witschen können Was ist das? Ach, das füllt uns alles auf Das ist schon mal cool So, hier durch Und da möchte ich noch weiter hoch Deshalb machen wir den hier kaputt Den hier kaputt Den hier kaputt Den machen wir auch kaputt Ach, ein runder Stein Was macht der runde Stein hier? Oh, er rundet Ah, so füllen wir das So, hier rein Geld ohne Ende Hey du Stirb einfach So Äh, wo bin ich jetzt gelandet? Irgendwo hier Darunter hüpfen? Nein, natürlich nicht Oh, jetzt komme ich da nicht mehr rauf Oh, warum komm denn? Zapp, zapp, zapp Das sieht ziemlich offensichtlich aus Wenn ich mich frag Aber jetzt ist die Frage Wie mach ich das am bestätigsten Hä, müssen die vielleicht Alle runter? Aua Jetzt muss der hier runter Und der muss auch runter Wir machen sie einfach alle runter Und wir hoffen, dass das funktioniert Ja, das hat funktioniert Oh, hier durch Und jetzt hier durch Hier durch Und, ach manch Solche Leads Durchkommen Ich hätte durchrennen müssen Aber ich hab das böse Gefühl Ich hab wieder die Hälfte vergessen Weil einfach Irgendwie Total viel gerade passiert Aber ich irgendwie Nicht mehr zurückkomme Komm, mach mich Heiß Hier ist schon mal das Dreieck Für die Schür Ach, warum schmeißt du es denn da runter, Wario? Bist du doof? Oh mein Gott, ey Wario, wie war es mit springen? Ach Ich muss mir endlich mal das andere Gamepad wiederholen Okay, haben wir demnächst Das ist ungenutelt So, öffnen wir die Tür Was ist hier? Hier kann ich irgendwie wahrscheinlich auch rein Warte, nur nicht wie Aber ich kann dann bestimmt rein Ja, das war ein bisschen Ja, komm her Hä, wie soll ich da hochkommen? Zu wenig Ja, versuchen wir nochmal Komm her Hä, der wird doch mitten in der Luft Einfach mal zum Flambario Ich hab keine Ahnung Ah, doch Das hier Ja, doch nicht ganz, aber fast So, wenn ich den Stein da jetzt runterkullern lasse Habe ich einen runden Stein hier unten Was bringt mir das? Der muss irgendwie Hier runter Frag mich nur nicht, wie ich diese Blöcke dann haben soll Ah, doch Ich hab einen Plan Oder auch nicht Komm her Mal Wieso funktioniert das denn nicht? Ja Da muss ich vielleicht den Stein da runterkullern Mal von hier nach Ja, das klappt doch Und das hat auch funktioniert Und jetzt können wir den da unten rein Kullern lassen Bums Und holen uns den lustigen Kristall Zack, das hätten wir auch Diese Edelsteine da unten können wir einfach Edelsteine sein lassen Ach, das ist jetzt wieder Wir bauen eine Treppe aus Steinen Und die Idiotas wieder Verkehrtungen gemacht Ähm, ähm, ähm Hier muss der obere weg Und hier müssen beide weg Und wenn ich hier Oh, Feuer Nein, oh Mann Die wollte ich doch gar nicht Ich glaube, was ist hier Diese Idioten Was wollt ihr von mir? Ich hab nächstes Geh weg Ah, Mann Jetzt komm ich da nicht mehr mehr rauf Scheiß Ich hab doch alles jetzt verpasst Doch, doch, jetzt komm ich rauf Jetzt komm ich rauf Jetzt komm ich rauf Komm her Gib mir ein Teilchen Komm jetzt lang Ähm, den kaputt Und den kaputt Nein, es war verkehrt rum Wieso? Oh, leck mich Nicht Herb, wenn wir Haare Einfach rausgehen Ich muss es Naja Da geht es nicht mehr runter Heißt, ich muss durch die Röhre oder wie Jawohl Hey, mal durch alles durch hier Oh Noch ein Teilchen Irgendwie hab ich das erste verpasst Hab ich das Gefühl Ähm Hier ist ein Lustiger Felsen Und wenn ich nicht weiß, was er mir bringt Wir schützen ihn hier mal runter Da hätte ich eine Artung machen können Dann wären die alle kaputt So, hier ist ein Äh, Runderstein Komm her Hier ist der Dreieck Hier Aber irgendwas gibt es hier bestimmt noch Was ich mir holen kann Und wenn es noch ein lustiger Edelstein ist Naja Dreieck Lauf doch schneller, Wario Oh, warum bist du so langsam Was ist hier drin Ah, die CD, gut Hätten wir die schon mal gefunden Lauf Ich muss doch irgendwo das erste Teilchen Oh Gott, wo bin ich hier gelandet Naja, hier raus Das muss doch irgendwo hier gewesen sein Hier drin vielleicht Ja, hier war's Geil Ich denke mal noch platt Was ist hier? Runderstein auf jeden Fall Aber noch zwei Minuten Und der Ausgang müsste eigentlich gleich wieder cool sein Und wenn nachher, das wisst ihr noch gar nicht Wenn ich, äh, wenn die Zeit abgelaufen ist Verliere ich, ähm, ja Einfach nur meine Münzen, die ich gesammelt habe Bis ich gar keine mehr habe Aber das dauert Ja Und ich glaube, desto weniger das werden, desto, äh, weniger, ähm, verliere, äh, desto weniger verliere ich in mehr Zeit Keine Ahnung Vollfliege 10.000er ist nicht ganz gereicht Macht aber So, was ist das auch Gut, damit hätten wir das erste Level eigentlich geschafft Ich wüsste nicht, was jetzt noch fehlt Ja, der Bobin wird reingesetzt Und im nächsten Mal sehen wir The Big Board Bis dahin, auf Wiedersehen Tschüssi